Wenn du dir einen Spionagefilm ansiehst, kannst du mit den Augen rollen, wenn sich ein anderes zufälliges Gerät als leistungsstarker Laser herausstellt. Was kommt als nächstes? Eine Raketenwerfer-Boombox, wenn die Person mit dem AUX-Kabel den Freitag von Rebecca Black wiederholt? Oh, aber nicht alle sind lächerliche Klischees. Die Wahrheit ist, dass die Realität wirklich seltsamer ist als die Fiktion. Lasst uns einige der unglaublichsten Werkzeuge und Methoden erforschen, die Spione einsetzen, um ihre Missionen zu erfüllen, von sehr gefährlichen Waffenschirmen bis hin zu explodierenden Fledermäusen. Nummer 10 – Tierische Instinkte Wenn die meisten von uns an Spione denken, stellen wir uns scharf gekleidete, pistolenhaltende, geschmeidige Redner vor. Wir stellen uns keine Tauben vor, aber wie sich herausstellt, sollten wir das vielleicht doch. Schon in den dekadenten Zeiten des alten Roms wurden Tauben eingesetzt, um geheime Nachrichten zwischen wichtigen Personen zu übermitteln. Diese gewöhnlichen Vögel mit einem unglaublichen angeborenen Heimkehrvermögen, das sie an Orte führt, die mehr als 1000 Meilen entfernt sind, haben sich seither als einige unserer besten Geheimagenten erwiesen. Während des Ersten Weltkriegs wurden Tauben mit kleinen rudimentären Kameras ausgestattet und in den feindlichen Luftraum geschickt. Nach einer kontrollierten Zeitverzögerung knipste die Kamerabilder von feindlichen Stützpunkten aus der Luft und verschaffte so einen unschätzbaren militärischen Vorteil. Der britische Geheimdienst erwog damals sogar, die Tauben mit Sprengstoff oder biologischen Waffen zu bestücken, um sie an den Zielorten zur Explosion zu bringen. Aber Tauben sind nicht die einzige Spezies, die Menschen zum gegenseitigen Ausspionieren benutzt haben. Es gibt unzählige Fälle, in denen Menschen die angeborenen Fähigkeiten und Sinne von Tieren zu ihrem Vorteil nutzen. Der nächste Vertreter der tierischen Liste ist die Hauskatze. Bei einer CIA-Operation während des Kalten Krieges wurde einer Katze ein Radiosender, ein Mikrofon und eine Antenne in den Körper implantiert. Die noch lebende Katze wurde in die Nähe von zwei sowjetischen Verdächtigen geschickt, mit der Absicht, deren Gespräche aufzuzeichnen. Traurigerweise wurde die Katze angeblich kurz nach ihrer Freilassung von einem Auto angefahren und getötet. Die Ethik des Falles war in den letzten Jahren Gegenstand von Bedenken, aber die Schwierigkeit, eine Katze gehorsam genug zu machen, um die Arbeit von Spionen zu verrichten, hat diesen Fall als einen der bizarrsten Fehlschläge seiner Art zementiert. Nummer 9. Geheime Werkzeuge zum Überleben Als Spion gefangen genommen zu werden, kann einen in gefährliche Situationen bringen. Deshalb wurde in der Vergangenheit einige geniale Geräte und Methoden eingesetzt, um Spionen zu helfen, schwierige Situationen zu überleben. Aber die Lösungen waren nicht immer angenehm. Ein Beispiel dafür ist das versteckte Überlebens-Kit der CIA aus dem Kalten Krieg. Dieses Kit wurde entwickelt, um im Falle einer Durchsuchung gründlich versteckt zu werden. Kannst du erraten, wo? Ein beunruhigend großes Kügelchen wurde im Inneren aufbewahrt, bis der Benutzer in der Lage war, es sicher zu passieren, woraufhin er es, vermutlich, ein wenig säubern würde, bevor er es aufbricht und die Werkzeuge und Waffen im Inneren herausholt. Nummer 8. Spaß und Spiel Ein Kriegsgefangener in Nazi-Deutschland zu sein, war so weit entfernt von einer lustigen Erfahrung wie nur möglich. Aber als Teil der seltsamen Logik der Naziführung durften Kriegsgefangene Spiele und Zeitvertreib von humanitären Gruppen wie dem Roten Kreuz erhalten. Diese Gelegenheit nutzend begannen die alliierten Streitkräfte, modifizierte Versionen von Monopoly an die Kriegsgefangenen zu verschicken. In das Spielbrett wurden flache Einkerbungen geschnitten, um Werkzeuge und Karten zu verstecken. Einige der Spielfiguren konnten auch als Werkzeuge umfunktioniert werden. Manchmal war sogar echtes Geld unter dem Monopoly-Geld versteckt. Nummer 7. Alles kartiert Monopoly-Bretter waren nicht die einzigen Orte, an denen lebenswichtige Fluchtmittel für Spione im 20. Jahrhundert versteckt wurden. Kriegsgefangene erhielten oft harmlos aussehende Kartendecks, die, wenn sie nass waren, auseinandergezogen werden konnten, um eine Karte der örtlichen Umgebung zu enthüllen. Dies wäre bei einem Fluchtversuch unglaublich nützlich gewesen, da sich viele Gefangene in völlig unbekanntem Gebiet befanden. Für diejenigen, die sich möglichst unauffällig verhalten wollten, gab es während des Zweiten Weltkriegs eine einzigartige Variante einer klassischen Idee. Seiden-Karten Nein, diese sind nicht dazu gedacht, als weicher Schal getragen zu werden, obwohl sie diesen Zweck sicher auch erfüllen würden. Diese Karten wurden aus mehreren Gründen aus weichem Stoff hergestellt. Sie würden nicht im Regen verderben, wie ihre Gegenstücke aus Papier. Sie würden auch nicht leicht reißen und vor allem nicht rascheln. Ein leicht zu vernachlässigender, aber enorm wichtiger Faktor, um unentdeckt zu bleiben. Nummer 6 Spionagetechnik Die Spionagetechnik hat in den letzten 100 Jahren einen unglaublich langen Weg zurückgelegt und sich von sehr einfachen, minderwertigen Mikrofonen und Kameras zu den Drohnen, Telefonen und ständig lauschenden Google Homes entwickelt, die wir heute sehen. Moderne Technologie kann unglaubliche Leistungen vollbringen, wie zum Beispiel der clever unauffällige Handy-Abhörrucksack, der wie ein normaler Rucksack aussieht, aber die unglaubliche technologische Fähigkeit besitzt, bis zu 30 Telefonanrufe gleichzeitig abzufangen. Aber schon Mitte des 20. Jahrhunderts gab es phänomenale Fortschritte in der Welt der Spionage. Die Mikrodot-Kamera war ein brillantes Beispiel für geheimnisvolle Genialität. Die winzige Kamera, die in den 1960er Jahren perfektioniert wurde, konnte sensible Dokumente fotografieren und das Bild auf die Größe eines Nadelstichs reduzieren. Diese konnten später mit einem Mikroskop betrachtet werden. So konnten vertrauliche Bilder aufgrund ihrer winzigen Größe leicht weggeschmuggelt werden. Nummer 5 Versteck Manchmal zieht man als Spion den Kürzeren und landet in einem Versteck. Das ist normalerweise kein Cop-Drama, bei dem man mit Kaffee und Donuts im Auto sitzt und auf die Ankunft des Täters wartet. Ein Spionagehandbuch der CIA, The Official CIA Manual of Trickery and Deception, rät zu einer cleveren, aber ziemlich klaustrophobischen Methode, einen Spion in einem Fahrzeug zu verstecken, um den Besitzer des Fahrzeugs zu überwachen. Dazu wird der Kraftstofftank so modifiziert, dass eine Hälfte leer ist, sodass der unglückliche Spion sich ein sehr gemütliches Plätzchen im Fahrzeug reservieren kann, zu dem er durch ein verstecktes Fach im Kofferraum Zugang hat. 007 weiß nicht, wie viel Glück er hat. Aber beim Spionieren geht es oft um eine andere Art des Versteckens. Im Laufe der Geschichte sind Geheimdienstler übereinander hergefallen, um den sicheren Transport von geheimen Nachrichten und Gegenständen zu gewährleisten. Schon an den königlichen Höfen von Königin Elisabeth I. in England gelang es ihrem vertrauten Spionagemeister, verschlüsselte Nachrichten abzufangen, die in Bierfässern transportiert wurden. Dank seiner Erkenntnisse und Entschlussungsfähigkeiten konnte Sir Francis Walsingham ein großes Attentat auf seine Königin vereiteln. Nummer 4. Unsichtbares Sichtbarmachen Geheime Botschaften erreichen nicht immer ihr Ziel. Das Abfangen ist etwas, auf das sich die meisten geheimen Organisationen vorbereiten und sie tun es auf ziemlich clevere Weise. Unsichtbare Tinte ist eine dieser Praktiken und es mag dich überraschen, dass es sich dabei nicht um eine besonders neue Erfindung handelt. Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass unsichtbare Tinte bereits im 4. Jahrhundert vor Christus verwendet wurde. Und einer ihrer berühmten jüngeren Befürworter war kein geringerer als George Washington. Washington benutzte eine spezielle Art von Tinte, die nur durch den Einsatz einer geheimen und spezifischen zweiten Chemikalie sichtbar gemacht werden konnte. Der Name der Chemikalie ist bis heute geheim. Wie die Gerissenheit von Francis Walsingham beweist, waren Spione schon immer auch begabte Abfangjäger. Während die Entwicklungen im Bereich der Spionage uns an einige ziemlich unangenehme Orte geführt haben, wie die neugierige NSA, haben sie uns auch einige sehr einzigartige Erfindungen beschert, wie dieses Briefumschlag-Röntgenspray, das es ermöglicht, einen kurzen Blick auf den Inhalt eines Briefumschlags zu werfen, bevor die Transparenz kurz darauf verschwindet. Sei also vorsichtig, was du mit der Post verschickst. Man weiß nie, wer eine Dose von diesem Zeug haben könnte, die nur darauf wartet, zu sprühen. Nummer 3. Mit Code zum Sieg Eine der cleversten Methoden, um zu verhindern, dass deine Nachricht von jemandem gelesen wird, der sie nicht lesen soll, ist natürlich, sie in einen Geheimcode zu übersetzen. Diese Technik wurde bereits im antiken Griechenland und darüber hinaus mit der Verwendung von Sensenbändern erprobt. In dieser Epoche wurden Bänder, die mit scheinbar zufälligen alphabetischen Zeichen beschriftet waren, zwischen militärischen Anführern weitergegeben. Wenn die Bänder um einen Block mit einer bestimmten Größe und Form gewickelt wurden, den sowohl der Absender als auch der Empfänger sicher weggeschlossen hatten, richteten sich die Buchstaben so aus, dass sie kritisch wichtige Nachrichten über militärische Pläne und Informationen buchstabierten. Die Dinge sind im Laufe der Zeit unendlich komplexer geworden, insbesondere durch die Entwicklung von Computern, die Verschlüsselungen erzeugen können, die nahezu unmöglich zu knacken sind. In ähnlicher Weise haben Fortschritte in der Herstellung die Produktion von heimtückischen Objekten wie diesem Kompaktspiegel ermöglicht, einem weiteren Geistesprodukt der CIA. Nützlich, um sich die Nase zu pudern, offenbart sich das Geheimnis dieses kleinen Spiegels, wenn man ihn im richtigen Winkel kippt. Wenn man es richtig macht, wird ein Geheimcode enthüllt. Nummer 2. Mörderisches Zubehör Es ist kein Geheimnis, dass das Leben eines Spions regelmäßige Begegnungen mit dem Tod mit sich bringt. Manchmal muss ein Spion beim Befolgen von Befehlen ein Ziel sorgfältig und unauffindbar ausschalten. Lizenz zum Töten und so weiter. Geniale Erfindungen wie der CIA Stinger, ein 22-Kaliber-Einzelschussgerät, das in einer Zahnpastatube versteckt ist, wurde entwickelt, um als Teil der Reisetasche eines Agenten unentdeckt bleiben zu können. Ich hoffe nur, dass niemand jemals versucht hat, diese auf seine Zahnbürste zu packen. Das ist eine Zahnarztrechnung, die niemand bezahlen möchte. Ähnliche Erfindungen gab es Mitte des 20. Jahrhunderts, wie die Setclay Fist Gun mit dem wohl coolsten Waffennamen aller Zeiten. Der Handschuh feuerte eine einzelne Patrone ab, wenn der Träger seine Hand zur Faust ballte und versetzte dem unglücklichen Ziel einen unerwarteten und tödlichen Schlag. Aber der vielleicht bizarrste von allen ist der Bulgarian Umbrella. In der Spitze des Schirms befand sich ein Kügelchen mit Rizin, einem tödlichen und fast nicht nachweisbaren Gift, das darauf wartete, mit einem Knopfdruck am Griff des Schirms in das Opfer injiziert zu werden. Sogar das US-Verteidigungsministerium hat mit versteckten Waffen in Regenschirmen experimentiert. Charles Senseney, ein ehemaliger Waffenentwickler des Verteidigungsministeriums, sagte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus, dass er für sie einen Schirm entworfen hat, der Pfeile abfeuern kann. Er sprach in Bezug auf die Ermordung von John F. Kennedy von einer solchen Waffe, da ein Mann, der sich in der Nähe von JFK aufhielt, einen Regenschirm dabei hatte, obwohl es nicht regnete. Obwohl unbestätigt, gibt es definitiv einen Trend, Waffen in so alltägliche Gegenstände wie möglich zu stecken, da dies die letzten Dinge sind, die ein Ziel als bedrohlich oder verdächtig wahrnehmen würde, was sie so effektiv macht. Nummer 1 Aufschwung zur Verbesserung Eines der zentralen Prinzipien, um ein guter Spion zu sein, ist es, unbemerkt zu bleiben. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass es Geheimorganisationen manchmal an einer gewissen Subtilität mangelt und manchmal können Spionageplots explosiv schief gehen. Zugegeben, der Einsatz von Sprengstoff bei geheimen Operationen hatte einige Erfolge, wie die Kohlen-Torpedos des 19. Jahrhunderts, die während des amerikanischen Bürgerkriegs eingesetzt wurden. Sie sollten mit echter Kohle verwechselt werden und wurden in die Öfen von Dampftransportfahrzeugen der Union geworfen, die dann explodierten und Besatzungsmitglieder und Passagiere töteten und die Motoren außer Betrieb setzten. Meistens passen Spione und Sprengstoff jedoch nicht so gut zusammen. Bei den vielen Versuchen der CIA, Fidel Castro zu ermorden, wurden vergiftete und explosive Zigarren verwendet, die jedoch immer wieder scheiterten. Castro war eindeutig auf dem Laufenden, was das anging. Nicht einmal süße, leckere Schokolade war im Zweiten Weltkrieg vor den fleißigen Fingern von Spionen sicher. In einer bizarren Wendung der Ereignisse wurden vom britischen Geheimdienst ausgeklügelte Entwürfe für eine explosive Schokoladentafel hergestellt aus echter essbarer Schokolade gefunden, die sich als Teil eines größeren Plans zur Ermordung vom Premierminister Winston Churchill herausstellte. Zum Glück für Churchill wurde der Plan nie in die Tat umgesetzt, aber das Ergebnis wäre mehr als nur ein Zahnschmerz gewesen. Sobald der Riegel mit dem klassischen befriedigenden Knall zerbrochen war, wurde eine kurze Lunte aktiviert, nach der die tödliche Ladung des Schokoriegels detonierte und jedem in der Umgebung schweren Schaden zufügte. Leider hatten auch unsere tierischen Freunde auf dem Gebiet der explosiven Spionage nicht allzu viel Glück. In der vielleicht verblüffendsten aller Spionagetaktiken, die wenig überraschend eine weitere der verrückten Machenschaften der CIA war, wurde während des Zweiten Weltkriegs ein Programm zur Erforschung des Einsatzes von explosiven Fledermäusen durchgeführt. Explosive Ratten waren bereits im Ersten Weltkrieg ausprobiert worden, allerdings mit wenig Erfolg. Die Versuche, Fledermäuse im Zweiten Weltkrieg zu bewaffnen, scheiterten in ähnlichem Maße. Die Pläne sahen vor, dass ein großer Kanister aus einem Flugzeug über japanischen Städten abgeworfen werden sollten, woraufhin sich ein Fallschirm öffnete und hunderte von Fledermäusen freisetzte, die sich in den darunterliegenden japanischen Gebäuden niederließen. Jede Fledermaus war mit einer kleinen Brandbombe mit Zeitzünder ausgestattet und wenn alles nach Plan verlief, würden die Bomben die Häuser in Brand setzen und weitreichende Zerstörung verursachen. Während der Plan anfangs vielversprechend schien, kam es in der Testphase zu einer Katastrophe, als die Fledermäuser nach einem Fehler bei ihrem Einsatz einen Luftwaffenstützpunkt einäscherten. Der kostspielige Schaden trug dazu bei, dass das Vorhaben schließlich abgebrochen wurde. Auch wenn nicht immer alles nach Plan verlief, ist es schwer zu leugnen, wie viel Kreativität in einigen dieser Erfindungen steckte. Da wir immer besser darin werden, uns gegenseitig auszuspionieren und verdeckte Operationen durchzuführen, frage ich mich, welche verrückten Erfindungen sich die Geheimdienste als nächstes einfallen lassen werden. Ich hoffe nur, dass sie nicht meinen Hamster betreffen. Lass mich im Kommentarbereich unten wissen, was deine verrückten Lieblingsspionagegeräte sind und vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!